Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Damned! Und mit dabei ist natürlich die Pandoria wieder. Und natürlich auch der liebe Currywurst. Der klingt noch ganz fertig. Da ging auch so ein Bild irgendwie auf Twitter rum, hab ich gesehen. Was? Nein. Überhaupt nicht. Voll nicht. Okay, seid ihr ready? Achso, ja genau. Flo und Tommy sind natürlich auch dabei. Bin total bereit. Und ja, wir fangen jetzt mal an. Zeit für ne neue Runde Angst vor Samara. Jetzt kommt auf jeden Fall die Rache von Domi. Ach du Heiliger, wo ist das? Oh Gott. Ja genau, ich bin jetzt ja Mary. Ja, das ist das Bright Hotel hier. Mal schauen, wieviel Adern uns diesmal platzen werden, während wir hier flüchten. Vor allen Dingen zugucken ist ja nochmal was ganz anderes, als dass man selber spielt, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber man hat trotzdem so krass mitgefiebert gerade wirklich. Auch mit dem Domi. Ich glaub wir haben jetzt echt ein kleineres Areal hier. Alter, ich hab schon zwei Schlüssel. Was? Zwei Rusty Keys haben wir schon. Und eine Batterie. Besser, Besser. Oh Gott. Keiner. Ah. Bist das? Ich? Bist du was? Wer bist du? Ja, ich bin, ich bin Scott. Ah so, ja okay. Der Scotti. Du hast ja den Schlüssel übersehen. Wo seid ihr? Ja, ich, ich suchte hier. Ich kann den aber nicht nehmen. Wir sind gar nicht da. Doch, ach, mit Linksklick muss man den nehmen. Wir sind gar nicht da. Wie war das? Ach ja, so. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Da hinten leuchtet jemand. Ich hör wieder Musik. Da vorne leuchtet jemand? Ja, ja, hier sind wir. Hi. Hi. Warte mal, ich versuch mal ob ich hier aufmachen kann. Hi. Nein, natürlich nicht. Hast du auch schon einen Schlüssel? Ja, einen hab ich. Okay. Einen Rusty oder einen Steel? Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Das sah aus wie ein Rusty. Da nochmal ne Batterie. Hä? Ja, du hast einen aufgemacht. Nice. Boah, das ist echt dunkel, das Spiel. Verdammt, ich hätte irgendwie gar mal hochstellen sollen. Das ist ja voll der... Alter. Alter. Was ist das denn für ein Riesenraum? Was hast du denn hier? Alter, was... Alter, der Kürbis. Oh Gott, was ist hier los? Ey. Okay, seid mal lieber leise. Nicht, dass wir das jetzt verraten hier. Der Dombys ist schon wieder... Aber lauf Müll. Wo seid ihr? Wat der Fug? Ach du Scheiße. Guck mal, hier ist eine Tür hinter den Kisten. Alter, wie laut ist das denn? Was ist so ein Bub auf mein Ohr? Hinter den Kisten? Wo seid ihr? Hinter den Kisten? Habt ihr grad beim... Das ist ja interessant. Oh Gott. Oh Gott. Sorry, dass wir hier weggehen. Huch! Ja, bitte. Wollt ihr nicht hierbleiben? Nein. Ey, jetzt hab ich grad ein bisschen Angst irgendwie. Alter, ich auch. Ja, das hab ich... Hör auf Domi. Wir dürfen nie zu lange irgendwo bleiben. Wieso alle abkommen? Oh ja. Oh ja. Was denn? Mach die Taschenlampe aus! I'm in the sky! Wir haben... Wir haben... Wo sind die... Wir haben die Jungs von Slay verloren. Ja. Ja. Wir sind jetzt woanders irgendwie. Wir sind des Todes. Wir hätten uns nicht aufteilen dürfen! Ja, aber das ist doch... Das muss man doch in den richtigen Horrorfilmen machen. Man muss sich aufteilen. Weil das immer... Weil das immer gut ausgeht. Ja, aber es war ja noch nicht mal unterplant. Wie sind die Türen? Wie krass, ey. Ohne Scheiß. Ah, hier waren wir schon. Habt ihr zufällig schon sowas wie einen Hammer oder so gefunden? Ich glaube... Ich weiß... Nee. Vielleicht können wir mit dem die Kisten zerstören... Alter, was ist denn hier? ...die vor manchen Türen rumstehen? Da ist eine abgeschlossene Tür. Sorry, warst schon hier in diesen äh... Raum der äh... Ja. Kannst nicht sagen. Verdammt. Boah. Alter Schwede. Habt ihr den Domi schon mal gesehen? Nein. Ich will's auch gar nicht. Gott sei Dank. Ich will den nie wieder sehen. Gott ey, gleich portet er sich vor uns. Ach ja, stimmt ja. Den Porten habe ich ganz vergessen. Ah, was ist das denn? Ein Kühl. Oh, ich muss mal hier weg. Sehr toll. Tut mir leid. Ja, geht doch nicht ohne mich. Ja, ich bin hier. Entschuldigung. Wo bist du? Stilkey. Nee, Metal Key. Krass. Und hier noch einer. Alter. Boah, was ist das denn? Boah, oh Gott. Was denn, was denn, was denn? Guck mal, was wir hier für den Rock gefunden haben. Ein Bad Key. Wir haben hier irgendeinen Sonderschlüssel gefunden. Ein Bad Key? Ich habe eine Brechstange gefunden. Ja, aber da kommt, oh. Oh, ist da schon eine Barky, oder? Ah, guck mal. Hammer Time. De, 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 de. Boah, ich weiß, wo du mit der Brechstange hin musst. Ich habe die Tür schon gesehen. Ich kann's jetzt, ich will's jetzt nicht verraten. Ich weiß, dass ich nur Batterien hier finde. Äh, Curry? Alter, warum brummt das hier so? Warum brummt das hier so? Weiß ich nicht. Brummt das bei dir auch? Ja. Ja, natürlich, deswegen. Ja, wo, wo bist du denn? Ich habe Angst. Ich habe gerade auch irgendwas gehört. Oh, hier! Ich habe einen Schrei gehört. Pass lieber auf, wir machen hier nicht auf. Hör auf! Hör auf! Ich halte mich an, ich habe einen jungen Mann, der weiß bestimmt, wohin müssen. Ich weiß, wo der Tür steht, sterb ich. Ich sag's dir, dann fall ich tot um. Die Samara. Scht! Der Tommy hat Angst. Ey. Machen wir denn jetzt, Tommy? Boah, das ist ganz ekelhaft mit dem Brummen und ich... Hier ist nichts mehr. Kürbis! Ich hab halt... Was ist Kürbis? Was ist Kürbis? Was ist denn? Weißt du, die Tür? Ich dachte, die Tür wäre einfach zugegangen. Oh Mann. Okay. Nein, ich werde... Curry, ich musste mich noch mal ganz kurz opfern, weil sonst verplanen wir hier irgendwas. Was denn? Was vielleicht noch wichtig wäre. Hier, ich suche ein spezielles Item. Hier. Boah, wir müssen uns wiederfinden. Wir sind jetzt genau da, wo du mit dem Brecheisen hin musst gerade. Oh Gott. Oh. Ich bin auch da, wo das... Hört ihr das Piepen? So ein Rauchmelder oder sowas? Nein. Nee. Boah, ich glaube, ich habe da was gesehen eben. Hier? Ja. Aber ich kann es mir auch eingebildet werden. Ach du Heiliger. Boah, ich komme hier nicht rein. Ach du Heiliger. Weißt du, dass es so gut ist, wenn wir zusammenbleiben, aber ich will auch nicht... Ich will hier nicht mehr raus. Ich will hier raus, meine ich. Boah, Scheiße, ey. Was denn? Oh, Scheiße. Oh Gott. Scheiße. 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 Hier, ich habe euch. Ja, komm mit. So, warte. Schnell. Hast du gerade den Dombie gesehen? Nee, ich habe nur schreien. Ekelhaft aus. Hier, hier, hier sind... Hier links sind die Türen schon mit dem... Ja, jetzt müssen wir nur noch einen Schlüssel haben, Leute. Ihr seid alle zusammen, oder? Ah, der passt nicht. Warte, ich probiere hier noch. Geht auch nicht. Nein. Das is what she said. Nein, keine Ahnung. Oh Gott, dafür brauchen wir einen anderen Schlüssel. Wir brauchen einen anderen Schlüssel. Falsches Spiel. Oh, was machen wir auch mit... Was sollen wir mit diesem Barschlüssel machen? Was sollen wir denn an der Bar aufsperren? Da! Oh nein. Ach Mist. Oh, irgendwie ist sie... Oh Gott, ich habe mich von meiner eigenen Hand geschrocken hier. Also, er war gerade hinter mir, da vorne. Und da hat es danach wieder gebrummt. Ich würde da gar nicht so hingehen. Alter, ich kann nicht mehr. Ihr nicht hingehen? Genau, da vorne, da. Aber wahrscheinlich... Habt ihr euch gefunden? Oh, der Feuermelder wieder? Jetzt bin ich alleine. Da seid ihr doch. Ja, hallo. Alter. Na? Was ist das denn hier? Ich habe noch keine Ahnungsschlüssel gefunden, verdammt noch mal. Es ist gerade wieder ganz dunkel. Das ist immer schlecht. Ist es bei euch auch ganz dunkel? Nein, bei uns ist es hell. Oh Gott. Oh Gott. Hey, hier ist doch Licht an. Jetzt geht es wieder. Oh Gott, es war ganz creepy gerade. Kannst du hier hinten die Kisten weghauen? Ne. Hier. Ne, kann ich nicht, kann ich nicht. Ein Schlüssel habe ich noch. Ja, wir haben vier. Hier. Was macht ihr mit den Kisten? Könnt ihr die einfach so zusammen? Das stapeln. Ich höre ein Piepen. Oh Gott. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Das haben wir auch schon gehört. Ah ne, hier waren wir ja schon. Ja, hier waren wir schon. Ich durfte hier mal die Taschenlampe auf. Eingelassen. Oh! Ich dachte, ich wollte hier eigentlich... Nicht weggehen! Boah! Ja, guck mal, guck mal her. Ich wollte das nämlich eigentlich schließen. Das ist, glaube ich, immer besser. Boah, ja, ja. Keine Schubladen, gar nichts. Huh, warum laufe ich auf einmal so lang? Warum flackert mein... Was? Was? Da hinten in die Bar bei den Billardtischen. Warum dein Licht flackert? Ja, warum flackert mein... Boah, was ist das denn? Geh weg von mir. Warte mal, hier war doch vorhin irgendwo ne Tür. Okay. E-Mail da. Mann! Hier irgendwo ne Tür, meinst du? Geht irgendjemand schon die Hände? Die, die... Boah, dunkel... Dunkelflash. Absoluter Dunkelheitsflash. Was? Habt ihr... Habt ihr ihn den beide schon mal gesehen? Ne. Also, ich habe... Ich habe ihn schon gesehen. Wir haben ihn auch nicht gesehen. Oh. Es brummt aber extra... Ja, das hatte ich aber auch. Shhh. Oh, bei... Oh mein Gott. Wo seid ihr denn? Ich habe gerade nur Billardtische gehört. Was? Schon länger her hat der Tommy gerade gesagt. Oh oh. Oh Gott, jetzt macht unsere Taschenlampe auch das, was der Tommy... Sie flackert. Sie flackert. Sie flackert. Komm hier hin! Komm hier hin! Es ist total sicher! Hallo! Ach du Scheiße. Was? Das Brummen wird ein bisschen lauter, ne? Hallo! Oh Gott! Ich weiß auch, wo die Billardtische sind. Ich habe ihn gesehen! Wo denn? Wo? Ihr seid doch gerade da reingelaufen! Ja, er ist... Kommt zu euch! Geht da weg! Ah! Kommt her! Ah! Da war er! Ah! Ich habe einen neuen Schlüssel! Alter! Warte, Tür zu! Warte, die... Scheiße! Mach Tür zu! Ja, ich habe es nicht mehr geschafft. Ich... Oh, ich bleibe hängen. Wo bist du hin? Ja, hier hinten im Raum irgendwo. Ich weiß nicht wohin. Oh nein, hier hinten ist die Tür. Die ist zu. Ein kurzer Tipp vielleicht für euch. Ähm... Das mit dem weißen Licht passiert, wenn irgendwas in meinem Sichtfeld ist. Also alle Lampen, die in meinem Sichtfeld sind, werden weiß. Wenn ich weg von denen gucke, werden die wieder gelb. Und genauso war es mit dem Kürbis auch anscheinend. Weil die werden am Bildrand immer wieder so orange, die Lampen. Außer wenn ich drauf gucke. Okay. Das heißt, du kannst die damit... ausmachen? Ja, genau. Ne, ich kann die in dem... äh... Weiß machen, indem ich auf die drauf gucke quasi. Okay. Indem ich die im Sichtfeld habe. Alter, ich... Ich kriege hier einen Schweißbruch... Schweißbruch... Oh Gott. Wir haben hier gleich ein Problem. Oh Gott. Nein. Weißt du, wie man das Problem lösen kann? Ja, so ein Piepen. So, und jetzt? Curry, hast du schon hier hinten deinen Schlüssel ausprobiert? Ja. Mist, ey. Wir haben jetzt schon... Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Oh Gott, was ist passiert? Mach die weg, die weg! Oh Gott, ist er hier im Raum? Der ist hier drin und wir haben die Tür zugemacht. Der läuft da einfach voll schlicht rum, ey. Und wir machen die Tür auch noch zu. Was ist los mit euch? Ich wusste nicht, dass er schon drin war. Oh, die... Oh Gott. Bist du tot? Nee. Boah, ich will gar nicht wissen, wie das aussieht, wenn der auf einmal so angezisch kommt. Was könnte der Barschlüssel sein? Wo wir das aus? Wo seid ihr Leute, wo seid ihr? Jawoll. Ihr seid wieder draußen. Weiß ich. Ich seh keinen. Okay, gut. Ihr seid wieder draußen. Oh Gott. Wo seid ihr? Oh Gott, die Jungs. Ähm. Ja? Wie sagt ihr das jetzt? Ja, das kann man nicht sagen, jetzt so. Ah, ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Gut. Sammle hier alles ein. Überall blinken Sachen. Ja. Wann, ich bin hier die ganze Zeit immer... Bäh. Oh mein Gott. Boah. Hier ist wieder so eine Tür hinter den Kisten. Also, ich hab jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Schlüssel. Arme aus dem Boden. Arme aus dem Boden. Überall. Ach du Scheiße. Echt? Ich seh die noch gar nicht. Habt ihr schon die Gesichter gesehen? Nee. Viel Spaß. Alter, wie krass das mit den Barmen ist. Viel Spaß. Ehe nett. Aber ich seh das gar nicht. Ich auch noch nicht. Oh, wie krass. Oh Gott, jetzt hab ich voll Angst. Die halten einen sogar fest, wenn man durchläuft. Kommt zu uns wieder, wenn man durchläuft. Ja, ja, genau. Da kann man manchmal nicht laufen. Manchmal wird man auch einfach so... Bobby! Kann man zusammen hier heute laufen? Wo bist du? Oh mein Gott. Okay, wir haben jetzt zwei neue Schlüssel bekommen. Vielleicht passt irgendwas da, wo wir... Ja, ich hab immer noch meinen einen Schlüssel. Was war das? Was denn? Oh Gott, nein. Geh schnell, geh schnell gucken, geh schnell gucken. Curry! Curry! Oh! 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 Jawoll! Curry! Ich ging! Alter! Hier ist voll die Dunkelheit. Was ist das denn für ein Raum jetzt? Alter! Ich mach die Tür zu. Verdammt, ich bin wieder total lost hier. Scheiße! Du musst wieder in den Ballsaal. Du musst in den Ballsaal. Oh Gott, hier ist nichts. Oh Gott, hier ist nichts. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Was? Wo seid ihr hier? Alter, wo seid ihr hier? Oh Gott, tatsächlich. Wie nett. Man muss alles durchgucken. Was denn? Wo seid ihr, Leute? Was ist das denn hier? Boah! Großes Problem. Sehr großes Problem. Seid ihr hier irgendwo? Ja. Ah. Müsst ihr mal wirklich alles aufmachen und durchsuchen. Oh, okay. Man kann die Schränke öffnen? Ja. Wenn er jetzt da drin irgendwo auftaucht, dann falle ich echt vom Glauben ab. Oh Gott. Darf ich reinhören? Was denn? Ja. Ich glaub, er hat sich hier irgendwo hingeportet. Ja, das wär echt scheiße. Also, Domi, das wär echt scheiße. Wär echt richtig scheiße von dir. Ja, find ich... Oh, das nimmt da einen die ganze Spielschule. Ich find das ziemlich cool eigentlich. Um ehrlich zu sein. Oh Gott, ey. Das ist ja so ein krasses... Alter, Leute! Krass seines Fälles macht hier Sinn. Einfach, keine Ahnung, eine Million Schränke. Na, eine Dollar! Oh Gott, was passiert? Ey. Was denn? Unsere Sicht war... Ey. Schaut die Schränke durch, Leute. Oh Gott. Boah, jetzt wieder noch... Sehr komisch, was hier abgeht. Ja, echt gerade ziemlich creepy. Ey, wenn gleich einer... Wenn er im Schrank steht, dann ist es auch vorbei mit... Nein! Ja, das stimmt. Boah, habt ihr schon in irgendeinem Schrank... Meine Taschenlampe blinkt! Ja, das... Damit geht der Trip los. Viel Spaß. Gleich kommen die Arme raus. Oh nein! Nein, hör auf! Ja, das wird eine einzige... Bei mir wird es einfach nur super dunkel. Also die Taschenlampe... Ja, das hatte ich vorhin auch noch. Ja, bei mir auch. Ja, super. Jetzt geht es gar nicht mehr an. Toll. Nein, ich stehe im... Völliger Dunkel. Ich hab jemand gesehen. Alter Schwede! Halt dein Maul! Scheiße! Halt dein Maul! Halt dein Maul! Haut hier ab! Haut hier ab! Haut hier ab! Haut hier ab! Sie ist hier drin! Haut hier nichts! Ihr müsst hier weg! Was soll ich denn? Curry! Ach du Scheiße! Oh Gott! Ach du Scheiße! Alter! Okay, warte! Und die Arme waren auch direkt im Boden! Ich hab eine Idee! Oh mein Gott! Gott, der Plan wäre fast aufgegangen! Bin ich jetzt hier drin? Nein! Oh nein! Aber wenn ich nicht... Scheiße! Doch! Ich bleib jetzt einfach hier drin stehen! Oh, oh, oh! Hito! Der hat keine! Der hat keine! Alter! Was soll denn den hier? Schnell! 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 Oh Gott! Ist das geil! Alter! Ich geh hier nie wieder... Wir dürfen hier nie wieder raus! Alter! Wo seid ihr Leute? Wir haben uns in nem Schrank versteckt! Ja, ich auch! Ich hab's versucht! Aber es ist so dunkel! Ich weiß gar nicht, ob ich genau drin stehe! Ich bin auch in nem Schrank drin! Wir sind alle so... Was machen wir denn jetzt? Wir stehen hier an nem Schrank rum, Mann! Wenn man raus geht... Vor irgendeinem Schrank steht er gleich! Aber irgendwann wird er automatisch weg teleportiert! Wir wissen nur nicht wann! Nein! Meine Taschenampel blinkt wieder! Feuermelder? Ich glaub ich steh gar nicht im Schrank! Ich steh glaub ich außen am Schrank! Oh Gott! Jetzt blinkt die auch wieder! Was für eine Scheiße! Stell dir das mal vor, die Arme kommen jetzt in den Schrank rein! Boah mach mal keinen Scheiß! Alter ich hab schritten! Boah dieser Ton! Guck mal hier kann man rausgucken! Ein bisschen kannst du lunsen, ja! Ach warte mal! Ach das ist meine Waschmaschine! Das ist gar nicht im Spiel! Ja auch! Denk schon! Geht eure Taschenlampe mittlerweile wieder? Nein ich hab wieder so'n dunkel! Ach du Scheiße! Alter wir müssen hier irgendwann raus! Wir können jetzt nicht die ganze Zeit im Schrank stehen, Mann! Guck mal! Du bist doch jetzt eigentlich weg, oder? Was? Ja du bist doch eigentlich weg! Wo? Ja? Ja weg! Also klar! Ich bin immer da wo ihr nicht seid! Irgendwie! So! Jetzt bin ich im Schrank drin! Richtig! Das heißt ich bin sicher! Ich renne jetzt raus aus dem Raum! Ja aber wie geht's doch weiter! In irgendeinem Schrank liegt doch was! Sonst würden die doch nicht alle aufgehen! Oh Gott! Der Flash kommt wieder! Oh Gott man sieht echt nichts! Verdammt ich komm hier einfach nicht raus, Mann! Oh Mann! Komm wir machen jetzt den Schrank auf wo der Curry drin ist! Ihr wisst doch gar nicht wo ich drin bin! Der Schreck geht so zu Tode! Ihr seid solche... Hallo! Bäh! Ah ok! Boah die Tür ist nur angelehnt hier! Das ist auch nicht gut! Ja aber ich mach die Tür mal zu! Nicht dass er jetzt drin ist! Boah verdammt! War die eben schon ange... oder war die eben zu? Ich weiß es nicht! Scheiße! Ach dann ja wahnsinnig! Das hier auch nirgendwo... Wo bist du denn Pandoria? Hä? Hä? Wo bist du? Ah! Ja! Komm her! Oh nein! Bleib hier! Alter! Alter! Ah nein! Raus aus dem Raum! Raus aus dem Raum! Ich hole dich! Ich hole euch alle! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Ich meinte das in der vorherigen Runde übrigens gar nicht so! Fuck you! Alter Schwede! Komm! Weißt du ich renne weg! Auf einmal kommt da so ein bescheuerter Arm aus dem Boden! Alter! Mist ich muss einmal ganz kurz... Ich sehe nämlich einfach mal gar nichts! Boah ist das krass! Alter! Ist das krass! Heilige! Aber in irgendeinem Schrank liegt bestimmt was! Also... Ja wir müssen da wieder hin! Oh Gott! Flash! Boah! Bist du immer noch in dem Raum? So krass! Jetzt sehe ich wenigstens ein bisschen was! Bist du immer noch da wo die Schränke sind? Ja ich habe meinen Gamma mal hochgestellt und sehe jetzt auch ein bisschen was! Ja ich soll das auch mal kurz machen! Oh Gott! Oh Gott! Alter Curry! Ääääh! Enorme Probleme bestehen uns bevor! Pssst! Hey! Nicht so laut! Nicht so laut! Nein! Was war denn das für ein... Die heult! Die heult! Die heult! Renn sie! Renn sie! Ich kann nicht laufen! Ich kann nicht laufen! Ich kann nicht laufen! Oh nein! Erwischt! Nein! Das! Nein! Er hat uns erwischt! Aber wie? Du bist in die falsche Richtung weggerannt! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Du machst die Tür zum... Oh Gott! Oh Mann ey! Das kann echt nicht sein! Curry! Jetzt bewahren können! Kommt! Wir müssen die Schränke hier durchsuchen! Das sagst du mit der Bibel in der Hand, weißt du? Ja! Ihr müsst unsere Leiche vor allen Dingen jetzt finden mit den sechs Schlüsseln! Ach scheiße! Jau! Stimmt! Boah! Ich kann keine Taschenlampe machen! Ja das geht manchmal! Alter war das krass! Aber er kann jetzt nicht mehr hier rein! Außer er wird hier rein teleportiert! Ich bin echt... Aber der ist in die andere Richtung weg! Ja der war so schnell wieder da eigentlich! Ja aber der wird ja nicht hier rein teleportiert immer! Domi wie hast denn du das gemacht? Ja man ist dann plötzlich sau schnell halt! So schnell dass du den dafür drücken! Ja ja der Bildschirm ist rot! Sorry ich höre nicht rum wieder! Alter weißt du was das krass war? Wir standen alle so um den Billardtisch herum und er stand auf der anderen Seite! Auf einmal rennt er los! Aber so schnell! Und ich bin ja raus gerannt in die andere Richtung! Und dann hat er mich von hinten geholt! Alter! Ok wir müssen ultra krass! Ok wir müssen ultra krass! Ok wir müssen ultra krass! Wie lange kannst denn du dann so ultra krass rennen? Alter! Äh nicht so lange! Also so vielleicht 5-6 Sekunden! Ah ok! Alter Schwede! Ja dann musst du wirklich gut treffen ne? Ja und es ist dann... Arme! Alter hier überall Arme! Hilf mir! Ich seh noch keine Arme! Curry ich bitte helfe! Die Arme sind nicht gerade! Oh mein Gott es ist dunkel! Nein es ist unständlich! Ah! Was? Curry! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab ihn nicht mal gesehen! Verdammt! Schade! Der Stand war direkt hinter dir! Ey! Warum hab ich dich denn nicht erwischt? Oh jetzt seh ich den Curry! Super! Weißt du was das schlimmste war? Das war auch so ein typischer Horrorfilm man! Weißt du das Licht geht aus! Das Licht geht aus ne? Auf einmal mach ich da Licht an! Das Licht steht vor mir! Da stehst du vor mir und hinter dir steht er weißt du! Alter! Oh Mann! Schade! Und ich dann nur so! Ich bin sonst nicht so haben müssen Curry eigentlich! Ja ich weiß du bist voll! Curry jetzt tue ich das an dir ne? Du musst die Leichen von... Bei mir sind keine Schüsse weil ich... Wir sind irgendwie raus! Ja ihr seid gerade... Ihr seid gerade... Ihr wart mich doch verarschen! Ihr könnt mich doch nicht hier alleine lassen man! Geht zur Leiche du schaffst es! Lach nicht so! Hör nicht! Hör nicht auf das Lachen von ihm! Alter! Ich komm nicht! Du hängst gerade ein bisschen! Hä? Was hat dir geknackt? Was hat dir geknackt? Ich hab nichts gehört aber... Das ist hier die Frage! Ich hör das Brummen! Hier ist alles grau! Hier ist alles grau! Oh! Der würde ich ein bisschen aufpassen! Der würde ich ein bisschen aufpassen! Der würde ich ein bisschen aufpassen! Entschuldigung! Boah ey der hat uns ja... Das war seine erste Jagd auch! Und der hat uns direkt geholt ey! Warte! Warte! Stopp! Stopp! Da hat was geblinkt! Äh? Ah ne ist meine Taschenlampe die... Alter! Entschuldigung! Oder? Was ist das da? Das ist... Siehst du das? Ah pscht! Pscht! Okay! Hör doch auf zu blicken! Ich will die ausmachen! Boah es sieht echt aus dem Horrorfilm gerade weil ich glaube du hast noch... Jetzt ist wieder alles dunkel! Jetzt ist es wieder alles dunkel! Äh... Keine Sorge ich sehe noch nichts! Wir schreien alle wenn... Oh Gott ey! Wir sind leider rausgeflogen! Ah verdammt! Kommt ihr wieder rein? Nee! Nein! Oh Gott! Gib alles Curry! Ja aber ich such die Leiche! Ja such die Leiche! Ne das ist... Da ist nichts! Scheiße! Ich hatte das Gefühl wir waren schon ganz gut weit mit der Map eigentlich! Ich glaube auch ich glaube der Schrankraum ist fast bis Ende! Ihr habt die Schlüssel ja so weggefegt einfach! Ich habe keinen gefunden! Gar keinen! Habt ihr schon diesen riesengroßen Kürbiskopf gesehen? Ja! Äh... Alter jetzt kommen wir wieder überall Arme! Ihr wollt mich doch verarschen! Äh... Ich sehe das gar nicht man! Da! Ja! Oh Gott! Da ist äh... Die halten einen auch so fest immer! Sch! Oh Gott! Ich glaube der Curry ist tot! Nee! Nee, nee! Curry? Ja! Wo bist denn du? Bei deiner Mutter! Wo bist du Curry? Ja das ist gut... Oh das ist super! Das ist wirklich super! Das ist wirklich super! Oh mein Gott! Was denn? Was denn? Okay ich weiß genau wo du bist! Ich weiß ganz genau wo du bist! Oh mein Gott! Der Henker kommt! Nein ich habe gerade nur so ein... Der Henker kommt! Ich habe gerade nur so ein Gesicht gesehen! Aha! Alter! Alter! Was ist das für ein Spiel! Alter Schwede! Oh Gott! Ich muss hier wieder raus! Der Henker ist irgendwie wie so ein Film! Alter! Boah! Ich gucke erstmal ob hier noch was liegt! Ich muss hier jetzt langsam mal wieder raus! Woanders hin! Ich habe... Wo auch immer er ist! Was gefällt dir besser Domi? Jagen oder gejagt werden! Boah ich... Das ist beides ziemlich geil um ehrlich zu sein! Also ich finde aber glaube ich... Boah alter die Mary... Also was die hier dran alles gemacht haben! Das ist ja viel besser jetzt das Spiel! Mhm! Ja das stimmt! Also... Auch das halt mit diesen Werkzeugen und so funktioniert... Viel mehr Schocker drin ey! Also Curry ist auf jeden Fall super vorsichtig! Der macht das schon alles immer richtig! Dass er in jeder Ecke guckt! Aber hattest du auch schon mal das Gesicht... Ja! Das hatte ich gerade! Ey das Gesicht macht einen so... Alter! Es gibt ja verschiedene! Ja hör auf! Was sind das denn für Gesichter genau? Ja einfach so Gesichter! Einfach so böse und weibliche Gesichter! Ja nochmal... Es kam nicht genau in dem Moment wo du an dem Bild ehrtest... Oh! 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 Na wieder? Wie Lambda... Doch auf die Folge bin ich gespannt wenn ich es mir nachher noch mal alle... Ja guck mal bei euch... Curry? Ja? Das ist das einzige was du noch ein bisschen verbessern kannst. Was denn? Also irgendwie... Hä? Hätte ich gerne deine Seele, aber ich krieg sie nicht. Ich hab keine Seele. Ja, gleich ist die weg. Bei mir gibt's nur Pommes Schranke. Aber ich kann mich grad irgendwie nicht mehr teleporten, das ist komisch. Ja, das ist auch gar nicht so schlimm. Und ich häng ja auch grad im Raum fest. Was ist das für ein sinnloser Raum, Mann? Du hängst in deinem Raum fest, du kannst nicht raus? Ja, ich komm halt nicht raus, weil die Tür ist zu und kann mich da auch nicht weg teleportieren. Ich hatte zwar kurz den Rotscreen, also konnte ausrasten und ganz schnell rennen. Aber das hat mir halt nichts gebracht in einem Raum, aus dem ich nicht rauskomme. Alter! Jetzt geht die Radios hier auch noch an! Wollt ihr mich verarschen? Gott, einfach nur verdammt spannend, ey. Gibt's doch nicht. Ich muss jetzt hier raus. Okay. Okay. Ja, jetzt hab ich wieder dieses Dunkelheits-Dings. Irgendwer wurde auch wieder disconnectet gerade. Ja. Ja, ich glaub, seid ihr auch aus dem TS raus? Ich glaub nicht. Nee, 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 ihr seid noch da. Sind noch aus dem Spiel geflogen. Alter, nein! Was ist jetzt passiert? Hm? Was denn? Hä? Ich kann irgendwie gar nicht mehr nach vorne laufen. Halt nicht irgendwelche Hände fest oder was? Nein. Ich hab' gerade gesagt, dass sie halten nicht. Doch, jetzt geht's wieder. Da war's wohl ein bisschen buggy. Ja. Du machst das sehr gut. Mein Freund. Mein Junge. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist jetzt echt grad verbuggt. Also ich komm' aus diesem Raum jetzt nicht mehr raus und jetzt kann ich grad schon wieder die Lüge. Wenn sie mal aktivieren. Das ist natürlich dann... Das ist mir grad so egal. Und wenn du dich teleportierst? Es geht nicht. Ich kann mich nicht teleportieren. Geht nicht. Mach ja nicht. Du lügst. Alter, das sieht aus wie ein Raum, der zum Ziel führt. Also ich lüg' jetzt wirklich nicht. Das ist tatsächlich so. Ja, ich brauch' aber einen Schlüssel dafür. Ah, scheiße. Also du musst jetzt einen Schlüssel suchen, um mich... um in den Raum zu kommen, in dem ich drin bin. Äh. Was? Ja, eigentlich schon. Sonst treffen wir uns jetzt nicht mehr, glaub' ich. Hast du denn gemacht, Tommy? Äh, Domi. Tommy. Er ist auf jeden Fall in der Nähe. Huch! Ah! Ah! Los, Slay Connected! Alter, diese Gesichter und so was, ey. Heute muss man eben stehen bleiben. Ja, wir sehen wieder was. Yay! Also, er hat da hinten ein... was? Wir sind jetzt irgendwie wieder ganz neu drin im Spiel. Komisches DASCHEN. Spiel jetzt wieder mit, oder was? Oh! Das ist ja super! Alter. Wie komisch ist das denn? Will auch... Also, so ein bisschen buggy ist es ja irgendwie schon auch, ne? Ja, ja. Ja, so eine kleine... Kleinigkeit. Ja, ne, ihr konntet einen neuen Charakter auswählen, ne? Weil der noch nicht mitgespielt hat vorher. Ja. Genau. Ach so, und meinst du, jeder kann einmal quasi? Ne, es gibt halt diesen... Wir hatten ja... Wir waren ja nur zu viel und haben dadurch nicht die ganzen Charaktere ausgewählt gehabt. Und einer war noch frei. Okay. Ok. Oh Mann. Ja okay, also ich häng auch jetzt hier drin fest. Wie gesagt. Also es geht corell. Dann beschreib mal den Raum in den du festhängst und dann weiß man wirklich Bescheid. Das ist, das ist der mit dem Riesenkürbis. Auch ganz viele Waschmaschinen geglaub ich in so einer Reihe, die stehen. Achso, da. Da waren wir doch vorhin. Na, da kannst du ja die Tür aufmachen und dann schnell weggehen und dann kann er dir noch voller aufmachen. Ja, ich kann mich ja opfern. Wir sind ja eigentlich offiziell schon tot. Ich geh mal da hin. Ja, es ist aber eine glückliche Fügung des Schicksals, dass er wieder lebt. Hier bin ich doch, oder? Ja, geh mal da gerade ausgucken. Aber jetzt darfst du dem Curry nichts tun, wenn er reingeht. Domi, ich hab die Tür geöffnet. Nee. Doch. Wo bist du denn? Warte. Hä? Hier ist es bei mir noch zu. Also, ich bin in so einem Raum mit roter Tapete, wo noch so Fässer drinstehen. Ja. Ja, da sind doch Fässer. Rote Tapete. Huch, was war das? Alter. Warum warst du denn so hell? Weiß ich nicht. Hier, rote Tapete, Fässer. Ja, ich bin auch hier. Aber wo? Also, ich steh, ich guck. Da! Wo denn? Wo denn? Da stehst du doch. Ich guck jetzt den Kürbis gerade an. Ja, ich guck dich an. Wo denn? Du stehst genau gegenüber. Ich seh dich nicht. Ich seh ihn jetzt auch nicht. Ja, du hängst bei mir fest. Du läufst, du machst den Moonwalk. Scheiße, ich seh's auch gar nicht. Ja, das ist verpackt wahrscheinlich gerade. Alter, guck mal, seht ihr das nicht? Oh ja, ich seh's auch. Ja, krass. Mach den Moonwalk. Ja, dann packst du was. Sollen wir mal in den Reihen laufen? Wenn du auf den Kürbis schaust, wenn du auf den Kürbis schaust, wie sieht er jetzt aus? Mach mal deine Attacke jetzt an. Und jetzt? Gar nix passiert, du machst den Moonwalk. Ja, okay, nee. Ich kann meine Attacke gerade nicht machen. Das dauert noch. Okay. Ich schätze mal eine halbe Minute oder so. Würde ich mal sagen, es ist ein kleiner Bug hier. Mhm. Aber sie... Ja, du hängst auf jeden Fall irgendwie fest. Alter, wie creepy sie aussieht. Jetzt kann man sie sich mal richtig angucken, wenigstens. Wir können auch ganz kurz warten, weil es dauert nicht mehr lange, bis ich in diesen Frenzied-Mode wiederkomme. Ja, dann probieren wir den einmal. Und dann guck ich mal, ob ich da jetzt euch denn sehe in dem. Und wenn ich euch da auch nicht sehe, dann ist es ja... Auf jeden Fall. Du läufst auf jeden Fall auf einer Stelle die ganze Zeit. Ja. Also, nee, ich lauf hier rum. Also, ich kann mich bewegen. Irgendwie... Ja, müssen wir dann nochmal neu starten. Und jetzt kann ich gleich beenden. Wo steht ihr jetzt genau? Nur so ungefähr, bis ich es war? Hier. Auf der... Links von dir. Boah! Beim Kürbis, ich stehe jetzt genau vor dem Kürbis. Nee, ich bin jetzt auch direkt vom Kürbis und laufe immer wieder auf hinzu. Und jetzt bin ich wieder langsam. Nee, das packt total rum. Nee. Ja, aber ich glaube, wir müssen das neu starten. Ich fühl's da auch. Nein, das war so eine coole Runde, Mann. Ja, das war echt eine spannende Runde bis hierhin. Bis die Samara sich verabschiedet hat. Ach, schade. Boah! Das ist, glaube ich, auch schon wieder eine Folge, ne? Dann müssten wir das in der nächsten Folge einfach immer wiederholen. Ja, dann versuchen wir das in der nächsten Folge nochmal, oder? Ja, das war ja trotzdem lustig bis zum Schluss und mega spannend. So kleine Bugs. Es ist ja auch noch eine Beta, ne? So kleine Bugs. Ich komm mit diesem Spiel nicht klar. Ja. Das ist zu viel für mich. Wir haben es aber schon gespielt, als es nur eine Alpha war, glaube ich. Ja, genau. Letztes Mal war es noch die Alpha. Ja, das ist Beta, ne? Danke fürs Zusehen, aber trotzdem kleinen Bugs am Schluss. Und wir probieren es dann einfach gleich nochmal. Genau. Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao.